Habt ihr euch jemals gefragt, wie viel Prozent der Welt ist eigentlich europäisch und wie viel Prozent ist, I don't know, amerikanisch? Und wie viel Prozent ist eigentlich chinesisch insgesamt? Das alles können wir wunderbar darstellen mit einem richtig geraten Kuchendiagramm. Ja, das machen wir heute und zwar in unserer Figure Nummer 6. Und selbstverständlich benutzen wir wieder mal diesen Datensatz hier. Allerdings, Achtung, wir wollen den vollständigen Datensatz haben. Das heißt, wir sagen hier, df6 ist gleich. Wir lassen natürlich nichts außen vor, aber wir brauchen auch keine gleich zwei Gleichheitszeichen. Hey, ich habe heute Sprachprobleme. Es tut mir leid. Okay, was wollen wir tun? Wir wollen ein Kuchendiagramm bauen und da uns entscheiden, wie wir das Ganze eigentlich darstellen wollen. Und naja, wie bauen wir wohl ein Kuchendiagramm mit eben natürlich wie immer Plotly Express. Und nein, natürlich ist das kein Sponsoring. Ihr wisst das doch mittlerweile. So, also px. Und naja, was heißt wohl Kuchendiagramm? Richtig, the cake is a lie. Es heißt nicht cake. Es heißt pie. Und genau, wir packen da einfach alles rein von unserem Dataframe 6 und wählen aus, welche Werte wir eigentlich ganz gerne hätten. Und in unserem Fall sind die Werte einfach nur die Population, sprich Pop. Und die Namen, die wir hier an den Seiten gerne haben wollen, die finden wir in der Country-Spalte. Und der Titel, den wir hier auch noch vielleicht wählen können, ist Population in... Ich würde sagen, wir fangen mal mit Europa an. Das heißt, wir filtern hier auch tatsächlich direkt alles raus. Also wir sagen hier Query und wir filtern raus. Kontinent ist gleich Europa. Aktuell zumindest. Ja, wir ändern das noch. Keine Sorge. So, und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich das starte. Ja, ich sollte unter Umständen hier nicht Figure 5 starten, sondern Figure 6. Und das sieht dann bekanntlich so aus. Wunderbar. So haben wir das eigentlich ganz gerne. Also so kann man sehen, wie viel Prozent von welcher Bevölkerung es eigentlich war. Und wir sehen hier, Deutschland ist tatsächlich das Land mit der fettesten Bevölkerung. Aber Achtung, 930 Millionen erscheint mir etwas falsch. Was ist hier passiert? Also immer, das ist jetzt auch eine wichtige Lektion gerade für solche Data Science Sachen. Immer den Sanity Test machen. Der Sanity Test ist key, okay? Der sagt euch, ey, mach das, was du da gerade liest, eigentlich wirklich Sinn. Und eine Population von 930 Millionen in Deutschland, halte ich für ein Gerücht, sagen wir es mal so. Was könnte passiert sein? Naja, es wurde einfach zusammengelegt, was alles hier passiert ist. Und zwar, wir haben einfach gesagt, ja gut, nimm einfach jedes Jahr, was du findest und summ die einfach mal auf. Also auf summierte Jahre, dann können wir da vielleicht drauf kommen, auf diese ganzen Daten. Aber ist natürlich falsch. Deswegen sagen wir hier, weil ich mach das vorne dran, damit wir es nachher leichter haben. Wir sagen hier, wir querrien das Ganze nochmal und wollen natürlich nur das Jahr haben. Und das neueste Jahr in dem Datensatz ist 2007. Das heißt, mehr geht hier tatsächlich nicht. Ist ein alter Datensatz. Es tut mir leid, aber das ist halt der, der standardmäßig dabei ist. So. Und jetzt haben wir eine Population von 82,4 Millionen. Das hört sich doch definitiv solide an. Und ja, das könnte durchaus auch hinkommen. Wir sehen also, Deutschland ist immer noch das größte Land. Dicht gefolgt von der Türkei, dicht gefolgt von Frankreich, dicht gefolgt von UK, dicht gefolgt von Italien, Spanien, Poland, Romania, Netherlands. Ich bin auf Englisch umgeswitcht, es tut mir leid. Griechenland hat eine verdammt kleine Bevölkerungszahl nur. Ich dachte, da wären mehr los. Tatsächlich. Also, ja, wir sehen hier, es ist tatsächlich... Oh, Schweiz ist klein. Ja gut, okay, Schweiz ist ein kleines Land. Und Schweiz ist, ja, ist nicht so viel. Aber wir sehen, hier wird es dann irgendwann mal schwierig, ja. In Norwegen, okay, das geht vielleicht gerade noch so. Aber irgendwann hier, gerade so, äh, Iceland, ja, das kann ich nicht mehr erkennen hier. Dieses, dieses Iceland ist... Da kann ich nicht mal drüber hauern, ja. Und Montenegro vielleicht gerade noch so. Aber Iceland ist super schwer. Und Slowenien geht gerade noch so. Was wir also jetzt machen könnten, was vielleicht eine gute Idee wäre, wäre zu filtern. Zu sagen, ey, yo, wenn das Ganze vielleicht zu klein ist, dann schmeißen wir das einfach raus. Das heißt, dass wir hier quasi sagen, ähm, alles, was weniger als Albanien hat, zum Beispiel, oder als Irland. Ja, wobei Irland würde ich eigentlich noch ganz gerne separat aufgeführt haben. Alles, was weniger hat als... Wo fangen wir denn an? Irland hat vier Millionen, also sagen wir mal, alles, was weniger als vier Mille hat, Einwohner, wird zusammengefasst in ein größeres Land. Wie machen wir das? Nun, das ist etwas, das kann man mit Pandas machen. Ähm, und das könnt ihr auch. Und ja, eigentlich wäre das jetzt Teil der Pandas-Reihe. Aber in dem Fall machen wir das nur, damit wir die Daten aufreinigen können. Das heißt, df6 ist gleich... Äh, beziehungsweise nicht, ist gleich. Punkt Log. Ähm, also wir wollen quasi die Lines holen, und zwar sagen wir hier, der DataFrame an der Stelle, Pop, für die Bevölkerung, soll bitte nur dann genannt werden, wenn er kleiner als vier Millionen ist. Und zwar Country. So, jetzt haben wir quasi die Länder ausgewählt, die weniger als vier Millionen, habe ich das richtig geschrieben? Ja, vier Millionen Einwohner in der Bevölkerung haben, also Pop ist Population. Und wir sagen hier, wähl von denen bitte Country aus und schreib da rein. Was wollen wir reinschreiben? Naja, ähm, Other. Und dann haben wir einfach andere Länder. So, okay, wir starten das Ganze nochmal und wir sehen... Äh, Pop ist nicht vorhanden. Ich bin auch doof, das muss df6 sein. Ich sollte langsam mal eine neue Datei anfangen, das tut mir sehr leid. Ähm, ja, also hier, DataFrame müssen wir schon den richtigen auswählen. So, und wir sehen jetzt hier, aha, Irland ist zwar noch drin, aber wir haben hier Country, Ireland und dann war es das. Also alles, was jetzt nicht mehr Ireland ist, ist nicht mehr drin. Hm, wo sind denn dann unsere Other, wo sind denn unsere anderen Länder? Ja, die sind hier. Also diese, äh, diese, diese Other Länder... Sekunde, lass mich das mal kurz suchen. Ähm, es ist ziemlich genau hier, müsste es irgendwo sein. Wo bist du Other? Ah, Other ist ausgeblendet, ich bin doof. Äh, ich hab Other, in dem ich draufgeklickt hab, ausgeblendet. Hier natürlich, hehehe, ähm, mit 6,5 Millionen. Das ist aber doof gelaufen für uns. Also das wollen wir vielleicht nicht unbedingt haben. Ja, äh, das steht jetzt halt hier so zwischendrin. Das ist nicht ganz so geil, aber es geht nicht leicht, also es geht tatsächlich nicht so ohne weiteres, dass man das nach hinten schieben kann. Zumindest nicht mit dem Express sozusagen. Und deswegen belassen wir es einfach dabei. Man kann es ja hier tatsächlich auch ausblenden. Wenn es euch stört tatsächlich, dann könnt ihr es natürlich auch einfach, äh, komplett rauswerfen aus dem Datensatz. Das geht natürlich auch immer. Ähm, okay. Was, was wollen wir denn sonst noch machen? Nun, wir können hier in... Also selbstverständlich können wir auch Farben und so weiter ändern. Das ist gar keine Frage. Äh, das zeige ich euch noch im separaten Video. Ich glaube, das machen wir separat. Das ist ganz sinnvoll. Aber was wir machen können, ist jetzt das Ganze zu erweitern. Und zwar nicht nur für Europa, sondern für ein richtiges Weltbild sozusagen. Das heißt, wir machen hier DataFrame 7 draus. Ich glaube, ich lasse den euch oben drüber mal stehen. Weil das nächste ist eigentlich nicht wirklich ein, ähm, naja, ein direktes Pi-Daten... Oder ein direkter Pi-Datenpunkt, sondern es ist eigentlich ein Sunburst, heißt das Ding. Sunburst, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen zeige ich euch den vor allem. Weil der Sunburst, der erlaubt euch da noch ein bisschen mehr zu machen. Ihr habt keine Values, sondern ihr habt einen Pfad. Und ein Pfad besteht aus mehreren Dingern, ja. Das heißt, ihr habt die Population allerdings, ähm, in... Ich zeige euch das mal. In einem, ähm, in einem Kontin... Ups, Kontinent. In einem Country. Ups. In einem Country. Das kann ich mir hier eigentlich rauskopieren. Und Values brauchen wir gleich doch noch. Da machen wir nämlich die Population rein. So, und jetzt sagen wir hier, Values setzen wir auf... Naja, was soll der Wert sein? Also, wie soll es unterteilt werden? Die soll bitte die Population sein. So. Und jetzt sagen wir hier natürlich nicht mehr Population nur in Europa, sondern Population oder Population der ganzen Welt. Und das gefällt mir persönlich besonders gut. Denn das sieht so aus. So kann man tatsächlich die ganze Welt in ein einziges Diagramm reinpacken. Und jetzt sieht man so ein kleines bisschen, wie krass ungleich verteilt das eigentlich ist, ja. Also, ich meine, hier hinten steht irgendwo Australien. Seht ihr Australien als Kontinent? Ich sehe es kaum. Ähm, Europa ist... Ja, ist zumindest vorhanden. Wir sehen hier, es ist klein, okay. Deutschland ist auch schon zumindest mal sichtbar. Aber wenn wir dann hier in Richtung Amerika gehen, dann sehen wir hier, okay, Mexiko ist echt ziemlich groß bevölkert. Brasilien, wow, das ist riesig. Und die United States ist halt echt groß. Afrika aber insgesamt trotzdem ungefähr so fett wie Amerika. Und dann kommt halt Asien. Also, Asien ist halt so, boom. Selbst Thailand hat 65 Millionen Einwohner. Und dann kommen wir halt bei Indonesien bei 223 Millionen raus. Indien halt über eine Milliarde. Und dann China mit 1,3 Milliarden. Und das ist halt etwas, ähm... Und das setzt das Ganze erstmal so in Relation. Wie groß eigentlich Asien im Vergleich zum Rest der Welt ist. Also, Asien ist mehr als 50%. So, und jetzt kann man hier natürlich noch zusätzlich was machen. Jetzt können wir hier sogar noch reingehen und ein bisschen was, ähm, verändern. Und zwar die Farbe. Die Farbe setzen wir jetzt hier mal nicht auf Standard. Also, die lassen wir nicht einfach so, wie sie ist. Sondern wir setzen die Farbe jetzt auf Live Exp. Also, die Lebenserwartung. Und wir schauen mal, wie das dann aussieht. Und ja, dann können wir diesen Datenpunkt quasi visuell auch noch darstellen. Ihr seht, es geht darum, möglichst viele Datenpunkte irgendwie visuell darzustellen. Und wir können hier tatsächlich sogar die Farbe anhand der, ähm, anhand der Kreise innen drin sehen. Das heißt, Europa, äh, und Ozeanien hat eigentlich die beste Lebenserwartung. Also, Ozeanien hat die allerbeste. Mit 81, irgendwas. Europa hat 77, irgendwas. Das heißt, Ozeanien ist als Kontinent eigentlich der mit der höchsten Lebenserwartung. Dann Europa, Amerika, Asien und Afrika halt schon im lilanen Bereich. Ihr seht hier an der Seite auch die Skala. Die geht immer mehr in Richtung Blau, je schlechter es wird. Und, ähm, hier sehen wir das Ganze dann aufgedröselt für die einzelnen Länder. Ja, das bedeutet, äh, Spanien zum Beispiel hat eine relativ hohe Lebenserwartung. Australien hat eine sehr hohe Lebenserwartung, weil die Leute dort einfach total entspannt sind. Das kann man so sagen. Japan hat auch eine sehr hohe. Und dann sehen wir halt hier Afrika. Ja, boom. Da sind halt ein paar Länder dabei. Und vor allem Nigeria mit seinen über 100 Millionen Einwohnern hat gerade mal eine Lebenserwartung von 46 Jahren. Das ist wirklich, wirklich nicht gut. Und, ähm, Afghanistan hat hier 43 Jahre. Deswegen, ähm, Indien hat auch nicht so eine hohe. Deswegen zieht das Ganze natürlich Asien runter. Also, so kann man wirklich sich so ein Bild verschaffen. Wie sieht es denn eigentlich so weltweit aus? Beziehungsweise, wie sehen halt meine Datenpunkte so ein bisschen aus? Was sehr, sehr faszinierend ist. Weil man da so viel Informationen in ein einziges Diagramm reingequetscht bekommt. Ähm, und deswegen gefällt mir das so gut. So, jetzt ist natürlich noch eine weitere Frage. Ähm, wie weit kann ich da eigentlich gehen? Also, wie weit kann ich da nach außen gehen? Vielleicht gibt es da noch einzelne Staaten hier bei China dazu, die dann auch eventuell eine gewisse Bevölkerung haben und so weiter und so fort. Klar, natürlich, das kann ich machen, wenn mein Datensatz das hergibt. In diesem Fall gibt der Datensatz das nicht her. Aber ich kann hier in meinem Pfad tatsächlich so weit gehen, wie ich möchte. Und je nachdem wird halt euer Sunburst einfach immer größer. Es geht auch mit fehlenden Werten. Dann wird einfach ein kleines bisschen ein fehlender Wert eben dargestellt. Ähm, ihr seid da nicht limitiert auf zwei Ringe. Also, in unserem Fall waren das ja jetzt hier gerade mal zwei Ringe. Ähm, das heißt einmal eben der, der Kontinentring und einmal der Länderring außenrum. Und darüber kann ich quasi noch den Provinzenring machen und so weiter und so fort. Ich kann so tief gehen oder so breit werden, wie ich das möchte. Das bleibt mir alles frei überlassen. Und was vielleicht auch noch eine kleine Frage ist, kann man das Ding animieren? Und die Antwort ist leider nein. Also, es gibt hier noch zumindest keine Animation, während ich das hier aufnehme. Es ist jetzt Juli 2021. Noch hat Plotly leider keine Möglichkeit, dass ich das ganze Ding animieren kann. Ähm, wie zum Beispiel jetzt den, den Scatter-Plot, den ich ja wunderbar nach den Jahren animieren kann. Hier kann ich nur ein Jahr reinpacken an Informationen, leider nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass es gehen würde. Noch geht es leider nicht. Aber wenn ihr da mitprogrammieren wollt, soweit ich weiß, ist Plotly auch Open Source. Ähm, oder ihr schreibt einfach mal den Entwicklern und sagt, ey, wir wollen, ganz dringend. Der Morpheus hat gesagt, er steht da drauf. Äh, könnt ihr gerne machen. Das kann ich so unterschreiben. Ähm, aber ja, was die größte Frage ist, ist natürlich, wann setze ich dieses Diagramm ein? Und die Bevölkerungssache hier, die eignet sich halt wunderbar hierfür. Denn wir haben insgesamt eine Weltbevölkerung von 100%. Ja, es gibt nicht irgendwie Menschen, die außerhalb von, okay, es gibt ein paar Menschen, die nicht auf der Welt wohnen. Aber die würde man in dem Diagramm hier nicht sehen. Und, äh, diese Menschen, äh, die auf der Welt wohnen, die füllen einfach ein Kuchenstück auf. Und ich kann dieses Kuchenstück aufschneiden, sozusagen. Ich kann sagen, okay, Asien hat halt so zu viel Weltbevölkerung. Und das heißt, äh, ich kann die aufsummieren. Und ich, wenn ich alle aufsummiere, alle Kontinente aufsummiere, komme ich wieder auf 100% Weltbevölkerung. Und so weiter und so fort. Das heißt, immer wenn ich quasi eine Aufteilung zeigen möchte, dann macht das natürlich am meisten Sinn. Ihr könnt ja auch mit Labels arbeiten. In dem Fall ist das natürlich hier ein bisschen, ähm, viel als Label da oben. Das heißt, ihr könnt ja einfach sagen, was soll genau angezeigt werden, wenn ich drüber havere. Das geht natürlich auch. Also, in dem Fall wäre das, komm mal, Hover. Hover Name, beziehungsweise Hover Data. Könnt ihr beides kontrollieren, natürlich, was da angezeigt wird. Und da könnt ihr natürlich auch sowas wie die Prozent oder sowas angeben. Also, das geht wunderbar. Und so, finde ich, kann man sehr, sehr viel visuelle Informationen darstellen. Und ja, deswegen mag ich das Diagramm so sehr. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.